Der Hallesche FC gewinnt gegen Karlsruhe Karlsruhe sicher aufgestiegen zweiter platz Halle Bitter den aufstieg verpasst können es nicht mehr schaffen auf den delegationsplatz zu kommen Aber haben trotzdem eine fantastische saison gespielt vierter platz Abstand auf platz fünf und deswegen fantastische saison gespielt aber karlsruhe halt auch Und deswegen ist karlsruhe weiter oben Muss man nun mal knallhart zu sagen ich hatte es alle gegönnt bin ich ganz ehrlich Aber was nicht ist das kann doch werden wenn alle nächste saison wieder so gut spielt Dann können sie vielleicht wieder oben mitmischen ein paar gute transfer ist schon Bekanntes transfer politik und sie spielen oben wieder mit was ich hatte gönner was ich hatte wünsche Halle viel glück in der nächsten saison gute saison gespielt und karlsruhe willkommen in liga 2 Wir freuen uns nächstes jahr auf zweitliga spiele von euch